Liebe Leute, hallo und jetzt willkommen beim erneuten Grand Prix de la Batsmeet in Mario Kart 8 Deluxe. Heute spielen wir Blätter. Heute spielen wir Blätter Cup. Oh, da ist ja nix. Ball, wo man sich drauf freut. Geil! So B-Land und Vario-Arena. Haben wir mit der schwersten Schreck im Cup auf jeden Fall an. Vario-Arena ist richtig böse. Wenn du auf dieser Rampe da oben rausfliegst, ei ei ei. Ja, da hat ja so wenig Pilze im Standard-Modus gibt. Ja, das ist so unglaublich. Hier wird hier eigentlich drei rote. Ich hatte im ganzen Cup noch nicht einmal drei rote. Ich hatte einmal drei rote, ja. Du bist auf jeden Fall irgendwann noch mal den furiosen Grand Prix. Ja, das stimmt. Gibt's hier auch den gespiegelt? Ach, wobei gespiegelt kann man nicht auf 200 spielen, ne? Naja, richtig. Ja, aber auch 50. Ja, aber auch 50. Ja, aber auch. Ja, nice. Die Folge geht jetzt ne halbe Stunde. Naja, ne Stunde wahrscheinlich, ja. Vincent! Ja, wär aber irgendwie doof. Das ist eigentlich ganz geil. Weißt du, dadurch, dass die Folgen so kurz sind, guck ich mir die beim Schneiden zum Beispiel teilweise komplett nochmal an. Gucken wir auch unsere eigenen Mario Kart-Folgen manchmal an. Deswegen, das geht halt, weißt du, so ganz zockelig. Ja, aber nur da, wo du gewinnst, wahrscheinlich bescheißt es noch. Weiß ich doch vorher nicht. Du hast so fast jede Folge. Ja, 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 ja. Hast du doch mal aufgeschlossen. Welchen du gewonnen hast. Ja. Hat mir Christian ja die Zweier gesmackt. Ja, nur voll weit gebracht. Jetzt bin ich fünf doch wieder. Oh, da hat mir einer meinen Pilz geklaut! Der war teuer. Ums. Das ist der gute, das gute Dope. Bremse! Alter, die Strecke ist aber auch hart hier, ey. Da geht voll ab. Feuer! Ich habe bisher nur Pilze in diesen Cup gekriegt. Nein! Ich bin raus. Ich kann jetzt aber nichts anfangen. Das war jetzt. Weiß ich nicht. Ich habe gerade einen Leckerfühl oder sowas. Nein! Was kommt denn da an? Oh Gott! Ja! Sorry! Hast du die alle abgewehrt da? Nein! Ich kann das schon sagen, ey. Schau's wieder in, du Pilze! Ich habe auch Pilze. Ja, ich habe nur Pilze und einen Stern jetzt gehabt. Ja, aber damit wirst du doch wenigstens schneller. Das ist doch okay. Ja, Pilze ist, äh, Stern ist okay, aber ich... Ja, was ist das? Du hast eine rote bekommen als letztes Item. Ja, weg. Scheiße. Ja, letzter wieder. Manchmal darf ich auch mal Glück haben, Dani. Komm schon. Oh, Mann, ey. Was hart. Läuft nicht. Huiuiui! Der Snob hat gewonnen. Ja, wie fühlst du gerade? Ja, wie fühlst du gerade? Bist du jetzt erleichtert? Nach diesem Rennen? Ich? Ist der Druck von dir gefallen? Da ist er wieder der Snob mit der Kugel. Ich glaube ernsthaft nicht, dass irgendjemand von uns Dalu schlagen kann in den Cup. Den ersten Cup hast du gewonnen? Nee, nee, ich mein insgesamt. Äh, in dem Grand Grand Prix, sorry. Da steckt ja auch schon Dalu in... Da muss gefestigt werden. Da steckt ja auch in dem Titel schon Dalu drin. Es muss nur ein Cup sein, wo ich irgendwie Fünfter oder Sechster werde und den du gewinnst und dann das alles wieder erleben. Das wird nicht ein einziges Mal passieren. Ich glaub auch nicht, dass Dalu mal letzter wird und Peter dann erster. Also... Naja, Gegenteiltag. Was ist denn der eigentlich? Hey. Da war schon viel, sag ich jetzt. Was? Ich mach das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Es ist ein bisschen wie möglich. Hey Jungs, werd mal gechillt. Ja, werd mal gechillt. erst mal alle wegballern hier. Oh nein! Oh, schlecht gedriftet. Wer hat mir da meine Rode gesnackt? Ich. Sie alle haben Pilze, deswegen können sie alle die Abkürze holen. Ich hatte keine Pilze. Dafür brauchst du keinen Pilz. Aber aus so einem Doppel-Item zwei Einzelpilze rauszukriegen. Du musst los springen manuell an der Kante. Echt? Das reicht schon. Meine Beschleunigung ist nicht schlecht. Wer redet da gerade, den verstehe ich gar nicht. Braben, der ist sehr leise gewesen. Sorry, ich hab hart gemusselt. Schon wieder nur ein Einzelpilz. Was soll denn da? Der ist erst ein paar roten. Ich bitte nicht. Ist der leise? Ich hör den überhaupt nicht. Müsst du gleich unbedingt lauter machen. Nein! Tu's nicht. Okay, mach. Hier wird schon wieder Feuer geschmackt. Wo kam denn die Bombe? Oh, ich war so schön vorne. Ach, das war's. Schon wieder nur ein Einzelpilz. Wollt ihr mich denn veralbern? Hab ich auch. Ist mein vierter oder so jetzt? Und noch ein Einzelpilz! Ich riskiere es unten lang jetzt. Ne, das hat sich nicht gelohnt. Schade. Boah, das war aber knapp, oder? Ja, das war knapp. Ich war genau wieder die. Was ne Scheiße mit der Bombe. Diese Bomben sind echt zu hart. Da sollen sie mal mehr Blaue schicken, statt die Kackbomben da. Nee, da hat die Bombe echt lange getragen. Ich hatte schon die ganze Zeit Angst vor, ich bin doch alle, als sie hinter mir gefahren. Ja, ich war fünfter. Ich hab die als dritter oder so bekommen, dann hab ich auf die Fresse gekriegt und dann hatte ich als fünfter eine Bombe. Was willst du damit machen? Ja, ich hab halt Schiss, dass du sie halt für mich extra dropst. Ja, ich hab drüber nachgedacht. Du warst ja direkt hinter mir. Das war für zu gefährlich. Ich steig jetzt cool. Ja, die hat meine Gedenkkurve. Da werd ich wieder rausfliegen. Hast du Brom lauter gemacht? Fuck. Nee, kann ich gar nicht. Dann muss ich den Bildschirm anders machen. Achso, okay. Der ist eh gemütig. Also ich kann den nicht lauter machen, weil mein Bildschirm muss ich sonst umstellen. Okay. Und jetzt geht los. Speed! Hey, wieso fliegt denn die Rote an euch ein? Vorbei! Welche Rote? War so nah bei uns dran, glaub ich. Seit wann fliegt die denn dann komplett an euch vorbei? Oh, da ist die Gedenkkurve und ich bin nicht rausgeflogen. Weiß ich wahrscheinlich ebenfalls gedacht, dass du Erster bist. Also, das Spiel. Ihr wart fünf Meter vor mir. Ja. Also nicht ewig. Ja, das wahrscheinlich. Später sind wir das aber nicht so viel. Musikkart hat sich dann wieder eine neue Spitze auf den Gaben. Mein Musikchannel. Wie kann ich diese? Jawohl. Ey, aber das ist schon fast eine Kunst gewesen. Wie kann ich das vorpassen? Oh, jawohl. Jetzt kommen die Wolken. Oh nein! Aber was, ich rechne mit dem. Mit dem Stern ist das hier ganz schön. Ach, hier. Der Peter fällt hier einsame Runden gerade. Der zweite kriegt aber auch keine. Oh, da kommt. Alles klar. Ah, da kommt. Nein! Sie trifft mich! Bin ich gerade echt von meinem eigenen Feuer getroffen worden? Na geil. Natürlich hast du ja die scheiße Mühe gehabt. Komm mal, Bram, du Fiesling. Bin ich gewischt, ne, wa? Jetzt, jetzt hätte ich lauter geschrieben. Wahrscheinlich, ja. Alter, diese Kurven. Endlich geworden. Fuck. Okay, das war's. Fuck, ey! Das war's! Was ist das denn hier?! Dreh mich! Ja, das war's. Ah, jetzt hat er mich weggerammt und bin ich gegen den Scheiß-Flop gegengehauen. Die coole Strecken hier. Was ein Scheiß! Ja, Mann, ich bin sogar dritter wieder! Boah, der Cup ist richtig Müll. Hm, ich hab das Gefühl, dass jeder auf anderen vorliebert. Wahnsinn. Jetzt kommen wir jetzt noch die beste Strecken. Ich freue mich schon auf die Regenbogenstrecken, ne. Ah, Leute, wir sind dreimal gefahren. Ach so, dann heißt ich bin dreimal Vierter geworden jetzt. Ja, das, das, naja. Joshi! Hier ist wieder... Christian erwischt halt auch die unglücklichsten Cups zum Aufnehmen. Kann ja echt nicht sein. Wieso? Der Cup ist voll cool. Nein, Christian fährt richtig gut in der Olympiada. Wenn er aufnimmt, ist er hinten. Ja, ach so. Dann ist halt eine Aufnahme gegeben. Du hast drei Punkte. Du hast neun! Ja, ich hab dreimal drei Punkte, weil ich Vierter geworden bin. Ach, dreimal drei. Ja, dreimal drei ist so gut. Ach so, okay. Deswegen sag ich ja, ist okay. Aber zufrieden sein kann man damit nicht. Das kam nicht an bei JMTS. Doch, das kam an. Ich hab's doch falsch verstanden. Das kam halt im Kopf nicht an. Nein, ich bin zu früh gedriftet. Oh Leute, das ist die Yoshi-Strecke. Das ist noch nicht die Schwere. Die Schwere kommt später. Bei der Schwere ist es vor allen Dingen wieder super wichtig Pilze zu haben. Ansonsten hast du einfach verloren. Weil du dann diese Kurven, diese kleinen, nicht nehmen kannst. Aber guter dich. Ich krieg wenigstens Pilze. Ach, Stress erstmal. Alles in Form weggeschossen. Ah, das Ei hat mich doch letztes Mal schon hier gevögelt. Bombe. Oh Bombe! Nein! Peter, als erstes. Drei Pilze oder was? Oh Jalu! Ja, ne, als erstes. Das war nicht der Erste. Da ist einfach quer über die Strecke. Ach da, du Fall. Ach komm, nee. Und wieder eins für Pilze. Feuer, 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 Feuer! Wohl! Okay. Okay. Tschau, Dennis. Nein, da hab ich die Kurve zu eingemacht. Oh nein, das war's. Alles klar. Das gibt's hier nicht. Das... Einer tanzt hier. Alter, wie er... Wie er hier zusammen schient. Hey? Ja. Welche Strasse? Ja. Okay. Warum? Wegen der Roten, die da kommt. Nein, da kommt eine Roter auf mich. Nein! Das ist ja auch nur ein Legitim, ne? Ja. Wie sahen die beiden stehen? Der hat sogar noch eine Rakete. Wow. Wie geht die aus? Wie geht mit die auf den Fick aus, oder was? Ja! Von Jay noch! Wow. Ey, Vierter. Alter, wie viel Pech. Ja, von Jay noch! Nein! Du bist trotzdem Zweiter, Tano. Ja, ey. Vierter, ey Scheiße. Ich bin jetzt einmal Dritter geworden. Einmal Treppchen. Aber dann reicht trotzdem nur für Platz 4. Schade. Schande! Ach ne, Schade steht da. Oh Gott, die Punkteverzeichnung. Ich vier. Drei. 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 Eins. So, damit steht es 38 für Dado, 32 für Peter, Chris und Brandbaum 21, Jay hat 18 und Sepp hat 8. Alles klar. Alles klar. Dann, vielen Dank für den Zuschauer. Welche Cups gibt es zunächst? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Also. Tschüss! Tschüss! Tschüss!